Herzlich willkommen zu einem neuen Gesundheitsimpuls. Heute dreht sich alles um die Lunge. Sie ist nämlich das Schlüsselorgan für mehr Energie. Und warum das so ist, das will ich heute rausfinden mit Dr. Ingrid Hobart. Lieber Ingo, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst. Ja, sehr gern, lieber Kai. Ingo, du bist Ethnomediziner, du bist Ganzheitmediziner, du beschäftigst dich schon dein ganzes Leben, sage ich mal, damit. Was kann den Menschen gesund erhalten? Du bist viel rumgekommen in der Welt. Und ein Schlüsselorgan, wie du auch sagst, ist die Lunge. Kein Mensch denkt groß dran, gerade in der letzten Zeit natürlich vermehrt. Wir hatten die Pandemie, alle haben von Lungenproblemen gesprochen. Aber ja, die Lunge ist im Grunde genommen viel zu sehr weggeruckt in unserem Gesundheitsbewusstsein. Welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht die Lunge in unserem Körper? Naja, spielt natürlich die entscheidende Rolle, weil wenn wir nicht atmen, drei, vier Minuten, spätestens nach fünf Minuten ist der letzte Drops gelutscht und dann war es das. Und wir wissen heute, dass wir über die Atmung viel mehr Prozesse beeinflussen können, als uns bisher bekannt ist und wirklich bewusst ist. Wenn man sich nur mal überlegt, dass wir mit einem normalen Atemzug so einen halben Liter, so 400, 500 Milliliter rein und raus bewegen, das ist eigentlich nicht ausreichend, um das biologisch angelegte Potenzial auch leben zu können. Das sehen wir daran, dass wenn wir Bewusstsein in die Atmung legen, das heißt, unsere Atmung mal bewusst für ein paar Minuten beobachten, dann dehnt sich das Atmen sofort auf zweieinhalb Liter aus, von vier bis fünf Litern, die grundsätzlich möglich sind. Das heißt, wenn wir statt einem halben Liter Luft rein und raus plötzlich auf zweieinhalb Liter gehen, bedeutet das, die Mitochondrien, die Energiekraftwerke unseres Körpers, bekommen fünfmal so viel Sauerstoff und gleichzeitig geben wir fünfmal so viel Säuren und Giftstoffe wieder ab. Und das ist schon eine echte Nummer. Und ich sehe es ja tagtäglich, wenn Patienten zur Kurwoche zu uns an Stein oder mehr kommen, wir täglich Infusionen anlegen mit Vagus aufbauende Infusionen, mit Kurkuma zur Entzündungseindämmung und so weiter. Das heißt, ich sehe jeden Tag, was für Blut aus den Adern herausläuft, wenn man die Luft rauslässt aus der Branüle, und wie dunkel das Blut ist. Und wir messen natürlich immer den Sauerstoffgehalt des Blutes und wir sprechen spaßeshalber von fröhlichem und von traurigem Blut. Das heißt, fröhliches Blut ist hell, das zeigt, dass ein Mensch tief genug atmet und dementsprechend genügend Sauerstoff an den Erythrozyten, an den roten Blutkörbchen dran klebt. Und das bedeutet, dass er ein sehr hellrotes Blut hat. Und das lässt Rückschlüsse darauf ziehen, wie tief er atmet und wie entspannt er damit ist. Während jeder gestresste Patient, der in die Praxis kommt oder der mit dem Auto kommt und gerade noch auf Hochtourenläufe versucht hat, den Termin zu erreichen, der hat regelrecht schwarzes Blut. Das heißt, bei Stress wird die Atmung noch oberflächlicher, als sie so schon ist, noch weniger Sauerstoff kommt rein und noch weniger Giftstoffe kommen raus. Und das ist sehr spannend zu beobachten, wie eben durch Vargus-Flow-Übungen, durch Stärkung des Vargus-Tonuses, wir automatisch mehr Luft in unser System reinlassen und dementsprechend auch mehr entgiften. Und hier sei nochmal angemerkt, dass wir tatsächlich 70% sämtlicher Körpergifte über die Atmung abgeben, nur 10% über unser Ausscheidungsorgan, den Darm. 20% übrigens über die Haut. Und wenn wir jetzt nochmal schauen, wenn ich die Haut anspreche, wir haben etwa anderthalb Quadratmeter Hautoberfläche, aber wir kommen auf 80 Quadratmeter Oberfläche, wenn wir die Lungenbläschen alle aneinander rein würden und so auf einer Fläche ausdehnen würden. Das heißt, 80 Quadratmeter Kontaktorgan zur Außenwelt, Verbindungsorgan auch im weitesten Sinne zu dem, was uns umgibt, inklusive der Menschen, die uns umgeben. Und wir sprechen ja auch noch über die Herzkohärenz, diese anderthalb Meter, die unser Schwingungsfeld, unser elektrisches und magnetisches Herzschwingungsfeld sich ausbreitet und wo wir auch Empathie und Wahrnehmung mit anderen Menschen auf eine ganz andere Ebene bringen. Wenn wir diese anderthalb Meter unterschreiten, da kommt hier noch das gleiche Atemfeld noch mit dazu, diese 80 Quadratmeter, das ist schon enorm. Und wenn wir noch eine andere Zahl benutzen, allein die Bräunchen unserer Luftröhren, wenn man die in den kleinsten Verästelungen aneinander reiht, dann kommen wir doch sage und schreibe auf 700 Meter. Das ist doppelt so hoch wie der Fernsehturm in Berlin. Und wenn wir jetzt noch all die Blutgefäße, die nur die Lunge durchfließend, dazunehmen und diese aneinander reihen, dann kommen wir doch sage und schreibe auf 1700 Kilometer. Blutgefäße, die nur für den Austausch in der Lunge zuständig sind. Für Aufnahme von Sauerstoff und für Abgabe von Kohlendioxid und anderen Giftstoffen. Und wenn wir das so hören, dann wird uns gleich klar, dass das, was die Asiaten, gerade die indischen Gurus und seit 50, 60 Jahren hier rüber zwitschern in den Westen, erst mal tief durchatmen. Atmung ist das halbe Leben, nein, es ist das ganze Leben, es ist auch das Glück, die Gesundheit, die Sinnerfüllung, die sich in der Atmung widerspiegelt. Und ein Mensch, der entspannt ist, der entspannt atmet, der lässt das Glück sozusagen zur Tür hinein, löst den Widerstand auf, die Türen öffnen sich, die Dinge, die Blockaden lösen sich und die Dinge kommen in den Fluss. Von daher ist die Lunge wirklich unser Schlüsselorgan Nummer eins für ein gesundes, für ein langes und zusammen mit der Herzkohärenz, dem Herzhirn, dann auch der Schlüssel für ein sinnerfülltes, herzbetontes Leben. Ja, großartig. Und ich meine, ja, Lunge, da denkt man erst mal an Atmen, aber nicht unbedingt an Kontakt. Und dieses Kontakorgan, weil man mit der Außenwelt natürlich über die Luft ja verbunden ist, ist großartig, finde ich super spannend. Und das in Giften ja auch, also noch nie irgendwo groß, für mich zumindest bewusst wahrgenommen. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt, da hast du schon gesagt, wenn man im Stress ist, man hat eher eine flache Atmung. Mich hat auch sehr beeindruckt, wie viel Liter Luft wir da eigentlich bewegen könnten, wenn wir denn richtig atmen würden. Das heißt, du hast von den Innern gesprochen, kriegen die denn das wirklich hin, dass sie mit jedem Atemzug sozusagen dieses bewusste, tiefe Atmen haben? Oder ist das immer gepaart mit einer Übung, also einer Meditationsphase oder Situation? Also kriegst du das hin, zum Beispiel durch deine Übung, und du machst das ja schon viele, viele Jahre, ja, immer schön gleichmäßig tief, auch über dem Bauch dann zu atmen? Ja, ja, auf jeden Fall. Also natürlich nicht den ganzen Tag, aber ich gönne mir schon sehr konsequent seit vielen Jahrzehnten Auszeit, Rückzugzeit zur Meditation. Das ist in meinem Leben natürlich gar nicht mehr wegzudenken. Und zur Meditation gehört natürlich immer das Bewusste, das Beobachten der Atmen mit dazu. Auch die Betonung des Ausatmens, das automatisiert sich dann alles. Aber du hast recht, es hat sich bei mir auch nochmal seit 2018 etwas verändert, weil seit 2018 mache ich sogenannte Stress-EKGs in der Praxis. Das heißt, hier wird die Herzkohärenz, die Herzaktivität gemessen, hier wird das autonome Nervensystem gemessen mit Sympathikus und Parasympathikus. Und hier wird vor allem gemessen, welche Atemfrequenz für uns die gesündeste ist. Und mit diesem modernen Stress-EKG, das ich seit 2018 hier in meiner Praxis am Stein oder Meer habe und was wir bei jedem Kurpatienten, der hier für eine Woche an Stein oder Meer zu uns kommt, auch in Anwendung bringen, da habe ich inzwischen über 3000 Patienten in meiner Kartei, in meinem Computersystem gespeichert und kann sagen, wir haben hier, ich zeige es mal auf einem Bild, wir haben hier zum Beispiel die Messung der Sympathikus und der Parasympathikus-Aktivität. Das heißt, der Patient sitzt bei mir in einem geschützten Raum, ich sitze ihm wohlwollend gegenüber, keine Gefahr, Tür geschlossen und angenehme Atmosphäre. Und in dieser Atmosphäre unterhalten wir uns ganz normal und das Stress-EKG wird gleichzeitig aufgezeichnet. Und hier zeigt sich in den meisten aller Fälle, obwohl die Situation keinen Stress in sich trägt, auch wenn wir das am zweiten oder dritten Tag noch machen, ist es häufig identisch, ist der Patient meist in einer Adrenalindominanz. Das heißt, zu viel Adrenalinausschüttung, das heißt, sein Sympathikus ist überaktiv, obwohl er das nicht sein müsste. Jetzt könnte man sagen, na gut, beim Arzt die Situation, gut, ich bin ein anderer Arzt, ich gehe anders auf den Patienten an, da ist eine andere Art von Zuwendungsmedizin und von hoffnungsbasierter Medizin, die hier praktiziert wird, wirklich ganzheitlich zugewandt, das gesunde Stärken, stärkend, das ist eine ganz andere Situation, aber trotzdem dürfte das System nicht so reagieren, als wäre der Sägezahntiger schon vor der Tür und bereit, die Klauen auf die Schulter zu legen. Und trotzdem ist es bei den meisten Menschen so, dass sie so stark innerlich in einem Grundstress sind, dass sie höher getaktet sind als noch vor zehn Jahren. Du weißt, dass ich seit über 30 Jahren die chinesische und tibetische Pulsdiagnose praktiziere, das heißt bei jedem Patienten immer an den drei Pulsstellen auf beiden Seiten an der Hand den Puls fühle und in den letzten zehn Jahren, aber in den letzten drei Jahren seit der Pandemie noch mal verstärkt, hat sich der Puls, der früher bei 60, 65 im Durchschnitt lag, auf 70 bis 75 bis 78 erhöht. Das heißt, ich habe kaum noch einen Patienten, der einen Puls unter 70 hat. Das heißt, die Menschen sind zehn Prozent höher getaktet als sie es noch vor drei Jahren waren. Das heißt, die Adrenalindominanz, die Stressdominanz hat so zugenommen, dass es schon wirklich erschütternd ist, weil in dieser Sympathikus-Dominanz, in dieser Stress- oder Adrenalindominanz ist der Mensch immer mehr durch den Wind. Er ist angstbesetzt. Er steht neben sich. Er ist außer sich, hat seinen inneren Anker verloren und ist damit von allen Seiten verführbar. Verführbar von der Presse, von den Politikern, von der Pharmazie, aber auch von den Ärzten, die ja auch in ihrer Angst extrem verführbar geworden sind. In der Angst, was falsch zu machen, in der Angst, nicht das maximal Richtige getan zu haben, in der Angst, nicht alles gegeben zu haben, was an Medikamenten zur Verfügung steht oder was man an Untersuchungen machen könnte. Also hier trifft Angst des Patienten auf Angst des Ärztes und was dabei rauskommt, kann man heute nicht mehr als Win-Win-Situation bezeichnen, sondern das löst Kollateralschäden aus, auch ökologische Kollateralschäden, die eigentlich uns als Gesellschaft mehr in die Aufmerksamkeit drücken sollten. Und Atmung hilft uns, wieder in eine Herzkohärenz zu kommen, hilft uns wieder wach und klar, innerlich souverän zu sein, einen inneren Anker zu haben, an dem wir uns innerlich festhalten können. Und die Atmung ist da ein Schlüssel. Und wir sehen hier auf diesen Bildern, vorher, nachher, roter Balken, grüner, blauer Balken, sehen wir, der rote Balken zeigt den Sympathikus-Modus an, der blaue Balken, den schwachen Vagusner, den schwachen Parasympathikus. Und jetzt sehen wir, dass alleine, wenn so ein EKG über zehn Minuten läuft, sehen wir, wie bestimmte Themen sofort den Sympathikus noch mehr aktivieren. Da geht es um den Ehepartner oder den Arbeitgeber oder über die Eltern und plötzlich sehen wir, wie der Sympathikus noch höher geht und der Vagus noch mehr in die Erschlaffung kommt. Das heißt, wir können an diesem Stress-EKG messen, welche Themen Sympathikus-Aktivität auslösen und am Ende dieser Untersuchung lassen wir den Patienten mehrere Minuten atmen in einem Rhythmus, in einem Vagus-Rhythmus, eine Vagus-Flow-Übung sozusagen, die wir machen, wo ein deutlich verlängertes Ausatmen im Mittelpunkt steht. Quasi bis 14 beim Einatmen, bis 7 oder 8 beim Ausatmen. Und sofort sehen wir, während dieser Atmung wie der Sympathikus-Balken runtergeht, wir sehen es hier auf dem zweiten Bild, und der Vagus-Balken, der blaue Balken, hochgeht. Und wer das einmal gesehen hat, schwarz auf weiß, wie seine Atmung plötzlich das System beruhigt und sozusagen das Herz, die Herzkurrenz öffnet, plötzlich ist man mehr bei sich. Plötzlich merkt man, dass man mehr mit sich in Verbindung ist. Man nimmt Dinge anders wahr. Man ist raus aus dieser Angst, aus dieser Fremdgesteuertheit und kommt mehr bei sich an. Das habe ich jetzt an 3000 Patienten im Computer gespeichert, bewiesen. Und dieses moderne Bio-Tracking, so nennen wir das, wir können also heute das, was wir schon immer wussten, dass es eine Herzensweisheit gibt, dass ein spannender Mensch, ein gesunder Mensch ist, das können wir heute schwarz auf weiß belegen und können mit diesen modernen Tracking-Verfahren, mit diesen modernen EKG-Methoden dann genau schauen, wie gesund schlägt das Herz wirklich und welche enorm wichtige Rolle spielt die Lunge dabei. Und die Lunge aktiviert durch die entsprechenden Vagusfasern in besonderer Weise die Herzneurone, die das Herz dann in die Entspannung hineinbringt, sodass es sich öffnen kann und wir damit näher an uns dran sind. Nun, wenn ich diese gute Atmung, diesen Rhythmus, von dem du gerade auch gesprochen hast, berücksichtige, aber das Organ geschädigt ist, also man weiß natürlich klar, Rauchen bringt eine Raucherlunge, das ist ja schon so ein Begriff. Gibt es noch andere Einflüsse, die wir im Alltag durchaus haben, die unsere Lunge schädigen, die aber vielleicht gar nicht so im Bewusstsein der Menschen sind? Die Lunge. Untertitelung des ZDF, 2020